Und ich brauche, oh, ich brauche so viel Zeug einfach noch, so viele Sachen. Man hat das Gefühl, man hat wirklich so das Gefühl, man tut so viel und doch ist es noch zu wenig eigentlich, weil es immer wieder andere neue Sachen gibt, die man noch tun kann. Ich meine, ich kann ja theoretisch noch die Gehege weiter ausbauen, dafür brauche ich auch nochmal, ach Mist, dafür brauche ich auch nochmal Geld. Und dann kommen, glaube ich, so diese automatischen Fütteranlagen nämlich rein, das würde halt wieder Zeit sparen. Ich bräuchte halt Iridium-Erz, damit ich beim Gießen wieder Zeit sparen würde und so Sachen halt. Es ist halt wirklich so eine Never-Ending-Story. Och Mann, ich sollte mal den Gießknopf besser durchdrücken. Aber Deutsch brauche ich zumindest nach meinem Wissen. Ja, wie gesagt, Deutsch-Sprachlich kann sein, dass es solche Creative Streams noch nicht gegeben hat. Aber es gab sie, im Allgemeinen gab es sie schon, da wäre ich nicht der Erste. Und Black, es sind einfach alle geflüchtet oder haben sich Oropax in die Ohren gestopft. Stell deinem Thema, äh, statt deinem Thema zu folgen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich meine, ich persönlich hätte auch einen ganz aktiven Fluchtreflex, wenn ich mir zuschauen müsste. Der wäre ganz gut ausgeprägt. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Dementsprechend mache ich da auch keinen Vorwurf, wer einem, wer seinem Fluchtreflex folgte, nachdem er bei mir zugeschaut hat. So, Mayo stellen wir her. Und jetzt will ich doch mal kurz aus der Blackberry... Sprich, ich mache aus Black jetzt Samen. Okay, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Okay. Nein, du willst es nicht essen. Du willst den Blackbock nicht essen, Junge. Kann ich denn das Weed kältern? Oh! Cool! Okay, das geht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt jetzt. Das Ei wird später zum Mayo verarbeitet. Die verkaufe ich. Jetzt gehen wir noch schnell zum Schmied, damit der uns die Geoden wieder aufknackt, die wir noch haben. Und dann machen wir zum Abschluss das Angeln fürs Questen. Wohin wollte ich dafür? Tauen, ne? Tauen, ja. So. Und das hier. Ich hätte ja ansonsten auch mal gucken können. Ich habe mir auch eine schöne Liste zugelegt, wo erklärt wird, wie man die anderen Quest-Items, die man so hat, finden kann. Oder wo man die findet. Damit hätte ich mich natürlich theoretisch auch noch sonst beschäftigen können. Okay, ich vermute mal, dass Blinken war, dass du etwas Neues bist. Kohle kann ich immer gut gebrauchen. Okay. Damit haben wir das. Black Herzchen. Warum? Of course I can. Und weil ich dich ein bisschen necken möchte. Einfach, um dich ein bisschen zu ärgern. So. Nein, nicht Eaton. Thank you. This looks special. Wir haben ihr noch nichts geschenkt. Deshalb. Einmal bitte verschenken. Oh. All die Sachen haben wir schon gespendet. Offenbar. Wenn er den Kram nicht haben will, haben wir das offenbar alles schon gespendet. Ähm. Hater67. Ich hoffe mal, dein Name ist nicht Programm. Schönen Abend erstmal. Willkommen hier. Und hallo Ton, wo hast du denn die Liste für die Quest? Ähm. Die gibt es auf Steam. Da gibt es schöne Guides. Und da findet man die in unterschiedlichsten Sprachen. Und da gibt es dann halt auch Listen, die dann sozusagen jedes Bundle-Item kurz beschreiben, wo man es herkriegt, beziehungsweise wie man es herkriegt. Und so eine Liste habe ich mir einfach zugelegt, um einfach mal mit den Bundles ein bisschen voranzukommen. Um einfach mal mit diesen nervigen Bundles, also teilweise finde ich die Sachen schon sehr nervig, weil, ähm, ich wäre jetzt zum Beispiel mit den Trüffeln, ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht kriege ich die Trüffeln, wenn ich hier mit der Hacke rumbuddel. Ich meine, ich habe ja inzwischen hier, ich habe ja inzwischen kapiert, dass das hier zeigt, dass man buddeln kann. Aber nö, das reicht ja nicht. Dass man Schweine braucht, obwohl es ja irgendwo naheliegend ist. Dann bin ich nicht drauf gekommen. Gut, könnte auch jetzt nur ein Problem von mir sein, dass ich da einfach zu dämlich für bin. Aber deshalb habe ich mir so eine Liste zugelegt. Oh, okay, wen haben wir hier? Oh, haben wir hier eine schöne Grünfläche. Oh, ist das schön. Mmh, da haben wir den Ersten schon. Da haben wir den Ersten schon, der sich bei uns vergnügen wird im Quest-Menü. Ah, so kann das Angeln jetzt mal ja richtig Spaß machen. Ups, kein Perfect, leider. Wir haben die Phase erreicht, wo das Angeln Spaß macht. Mmh, der nächste gleich und beide Gold. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Warum muss ich Gold spenden? Ich will nicht Gold spenden. Also mit einem goldenen Stern meine ich. Das ist wertvoll. Wertvolle Sachen spenden ist doof. Uh, und der nächste Red Snapper, Silber. Ja gut, Silber kann ich spenden. Was? Was? War das ein Follow? Wusa has followed. Was? Ehrlich? Hattest du nicht schon mal... Moment, Wusa, hattest du nicht schon mal ein Follow da gelassen? Bin ich jetzt völlig kirre? Amon, soweit ich weiß, wurden schon auf Twitch Märchen vorgelesen auf Deutsch. Nur sie wurden eher selten gemacht. Naja, ich schreibe ja auch keine Märchen dann sozusagen. Wusa, boah ey, ich spiel mal Hammer. Was? Spiel mal Hallenhalmer. Ach Gott, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Vielen, vielen Dank für dein Follow, Wusa. Und du hast es gerade nochmal geschrieben, du hattest noch kein Follow da gelassen. Alles klar, ich war irgendwie der Meinung. Dann vielen, vielen Dank jetzt für dein Follow. Wow. Da ist ein Moppenfisch. Ein Moppenfisch bist du. Okay, ich muss mich... Bei dem Fisch muss ich mich konzentrieren. Wow. Mh, ein Pufferfisch. Oh ja. Okay, wir müssen erstmal die Fische wegbringen. Ich hab keine Slots mehr. Wir müssen die Fische erstmal weg... Alter. Mh, ist das gut. Ist das gut. Ups. Ähm. Was, 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 was? Äh, Hater. Was? Find es nicht auf Steam. Einfach mal unter Steam. Dann musst du Community... Ne, musst du diesen... Dieses Spiele-Hub. Da gibt's ja diesen... Diesen extra Unterpunkt. Und dann gibt es da den Reiter, ähm... Guides. Und unter dem Guide dann einfach mal suchen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Rubrik ich den gefunden hab. Ich kann aber gerne mal grad sagen, wie er heißt. Dann kannst du ansonsten über die Google-Suche den suchen. Der heißt... Ähm... Na, wo haben wir ihn? Der Guide heißt... Community Center Guide. Also, ziemlich einfach. Community Center Guide heißt der. So. Was haben wir sonst noch? Woosa hat den... Hat den Tee von Ammon in Kaffee verwandelt. So ein Kaffee-Junkie hier also, ne? Äh, ja. Immer diese Kaffee-Junkies. Immer diese Kaffee-Junkies. Furchtbar ist das. So, ich wollte zum Bus-Stop. Und wird erstmal schnell vertickt und in die Kisten alles reingeschmissen. Und dann können wir zu den Wichteln marschieren. Du wirst vertickt. Sonst noch was verticken? Ne, alles andere behalte ich. Können wir eigentlich auch nochmal zusätzlich Platz machen, indem ich mal wegpacke, was ich momentan nicht brauche. Und zwar... Die Sachen hier. Und Steine kommen hier hin. Dich habe ich schon gehabt. Okay. Du bist neu. Du bist nicht neu. Du bist neu. So, du kommst hier hin. Saatgut kommt da hin. Euch muss ich gleich mal spenden. Ach nee, Moment. Der Red Mullet, den kann ich lagern. Genau, den Red Mullet kann ich lagern. Ach, halt. So, euch verarbeite ich mal beide weiter. Wir haben doch keine Zeit. Mach mal hin, Cyrus. Mach doch mal hin. So, die Kohle schmeiße ich hier noch rein. Ne, wo war denn der... Ah, der war... Weil, aber den Earth Crystal... Crystal muss ich eigentlich hier hin räumen. So, gut. Dann gehen wir wieder los. Und Wuse, alles klar, wenn du nochmal auf K bist. Wobei, das wird er jetzt gar nicht mehr hören. Er ist ja auf K. Machst du toll, Cyrus. Machst du toll. Jemanden nochmal erwähnen, der sowieso AFGAR ist. Glückwunsch. So. Ich sehe es schon kommen, nach der Dezember-Stream-Pause bin ich so raus aus dem Spiel. Und dann spiele ich wieder und weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte, gemacht habe. Oder machen werde. Ne, von euch war keiner dabei. Von euch war auch keiner dabei. Nö. Nö. Aber hier. Perfekt. Und einmal ein Bundle-Complete. Amon, wie wäre eine Kiste für die wichtigste Ausrüstung? So oft braucht man den Eimer nicht. Ja, den Eimer brauche ich jeden Tag zum Melken. Und dementsprechend. Ich müsste aber meine Kiste im Kuhstall sozusagen oder vor den Kuhstall setzen, dass ich da einfach, wo ich ihn brauche, ihn zur Hand habe. Uh, ein rotes Päckchen diesmal. Ich will mal kurz begleiten, wie er das rote Päckchen wegbringt. Ähm, Woosa, ich musste mich richtig aufteilen vorhin. Was? Warum? Zu viele gute Streamer, die du geguckt hattest? Oder inwiefern aufteilen? So, Moment. Du bist Redmullet. Du bist nicht hier. Hä? Warte mal, wo ist denn der Redmullet dann? Ach, den Redmullet brauche ich hier nirgendwo, sehe ich gerade. Ach, verdammt. Dann kann ich den goldenen Redmullet ja verkaufen und behalte nur den mit dem Silberstern. Muss ich gleich mal dran denken, dass ich das korrigiere. Muss ich dann mal gleich dran denken. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt nochmal schaffe, ein bisschen zu angeln. Ein bisschen schaffe ich es vielleicht zu angeln. Ich hätte vielleicht hoch zum Lake gehen sollen. Ich hätte vielleicht hoch zum Lake gehen sollen. Egal, jetzt gehen wir runter zum See, wenn ich auch richtig laufen würde. Verflucht noch einen. Ja, lauf mir nicht den Weg. Lauf mir nicht den Weg, Junge. Ehrlich. Lauf mir nicht den Weg, habe ich gesagt. So. Loser Windows installieren bei Killer Krümel. Ancho bei OBS helfen und nebenbei was schneiden. Ich bin K.O. Was? Ich bin K.O. und Schmerzen. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als hättest du vielleicht mit der Naruto-Schatten-Doppelgänger-Technik mehrere Losers gebrauchen können. Klingt auf jeden Fall danach, als wären heute mehrere Woosers ganz praktisch gewesen. Wobei hält die Welt mehrere Woosers aus? Rücken, warum ärgerst du mich so? Das frage ich aktuell eher meine Augen und meinen Kopf. Mit den Kopfschmerzen und Augenschmerzen, die ich momentan habe, ist das echt nicht angenehm. No! Ich war doch on the way to perfect. Missstück. Du alles altes Missstück. Ich wette, jetzt kriege ich keine Fische mehr von den Questen. Einmal kann ich es noch versuchen. Und? Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? No! Er hat mich reingelegt. Er hat mich reingelegt. Immer diese verfluchten Halibuts. So, es wird aber doch mal was gefressen. Dann können wir noch länger angeln. Und haben sogar noch einen Bonus da drauf. Black, ich sterbe derzeit im TS. Was? Warum? Frag mal Ammon und Alex. Ich wüsste es auch gern. Ich frage hier mit Ammon und Alex, warum stirbt die gute Black? Malto, Panik! Wie, Malto? Hast du etwa nicht deinen Anhalter dabei? Nee, Moment. Wie hieß denn das nochmal? Das Buch, wo drauf stand, Don't Panic, aus per anhaltliche Galaxis. Oh, ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wie es hieß. Das war, glaube ich, ein Lexikon gewesen. Ah, verdammt. Wie hieß es denn nochmal? Ich bin mir sicher, der gute Ammon kann das beantworten, diese Frage. Wir kriegen wirklich nur den blöden Halibut, ne? Alle ganz ruhig bleiben und bis 100 zählen. Nein! Panik! Bei Panik kann man doch... Was? Alter, was bist du gewesen? Warst du einer von den legendären Fischen gerade? War das einer der legendären Fische? Es gibt ja fünf legendäre Fische in dem Spiel. Ich glaube, das war einer davon. Evo rennt panisch im Kreis gegen den Uhrzeigersinn und wirft mit Blumentöpfen um sich. Okay, bis auf die Blumentöpfe verstehe ich den Rest. Aber die Blumentöpfe musst du mir erklären, Guter. Fisch! Das ist schon wieder der legendäre Fisch. Was? Mein Fishing Tackle kann kaputt gehen? No! No! Das hat mir niemand gesagt. Das hat mir niemand gesagt. Mein Spinner kann... Mein Spinner kann kaputt gehen? Aber, 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 aber. So ne Saharae. Gut, was machen wir denn? Sollen wir trotzdem noch angeln? Ach komm, wir angeln weiter. Wir können uns ja einen neuen Spinner herstellen. Was? Moment, was? Klingt planlos auf der Farm und ohne laufenden Street, was? Wollte mich, was? Okay, ich war kurz off. OBS hat mir nichts in die Richtung gezeigt. OBS hat mir nichts in die Richtung. 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 OBS hat mir nichts in die Richtung.